Willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Fun Pack. Ich hab fast den Namen vergessen. Nach ne... noch nicht mal drei Minuten Pause. Ja, hier durchgehen. Wir wollten hier gucken, ob was passiert in alle Pärzen aus sind. Wir haben immer noch keinen Plan. Sag mal nein. Hm. Was? Müssen wir bitte machen? Ja. Fall auf der Scheiße. Hm. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Was? Wir müssen in einem schon die Lichter anmachen und dem anderen ausmachen. Könnte sein, oder? Wir gehen ja eh wieder auf. Dann hab ich keine Ahnung. Oh, man. Was... was müssen wir hier machen, ey? Okay. Nimm Jett. Okay. Nee, 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 das war's Okay. Wer die Werbung wohl noch kennt. Oh mein Gott. Du brauchst Jett? Ja toll. Da unten ist er wieder wieder. Da oben ist er. Was ist das, Mann? Hä? Das ist auszureichend. So, jetzt sehen wir die Kassel aus. Ach nee, stimmt ja, wir gehen ja wieder aus. Das fällt dir aber früh rein. Keine Ahnung, was sollten wir sonst machen? Obwohl, warte mal, nee, die gehen gar nicht aus, ne? Bloß halt, wenn wir uns betrachten, gehen wir aus. Nein, wir sind los. Manu! Keine Idee mehr. Ja. Dort. Jetzt bin ich auf einmal schon tot. Wieder. Guck dir an, wieviel Schaden er mir gemacht hat, das war aufgeladene Ansatz. Scheiße. Oh, dann siehst du mal. Mach mal kaputt. Ich brauche noch was. Hey. Ah, okay. Die konnte ich nochmal sehen. Ne, keine Ahnung, wo müssen wir hin? Die fliegen einfach, weil die Sprung gedrückt halten. Hm, ich verstehe das, ne. Die Türken müssen. Aber ich glaube, das wird es auch nicht. Ne, ehrlich, wirklich, das muss immer. Ich gehe mal auskundschaften. Okay. So vieles gibt es hier nicht. Hm. Hm. Vielleicht doch nochmal durch die Mitte. Und dann vielleicht oben noch ein bisschen lang. Ja. Und die ist gleich durch. Also, die sind etwas. Und jetzt? Die sind jetzt hier irgendwo ab. Die sind jetzt hier. Da ist ein Dauerwerber drin. Oh, wie billig! Nein, das ist nicht so schlecht. Von Seren geht's. Egal. Service Datum. Hm. Aber ich kann mir was anderes vorstellen. Dararadadaaradadadaaradadaaradadadadaaradaaradadaaradadaaradadaaradaaradaaradaadaada. Ah. Moment, sind wir jetzt nicht wieder ganz auf? Nein. Wie sind solche Heldmittel? Moment. Haben wir hier im Karten gefangen? Ne, können wir nicht mehr haben. Ne? ich hasse offensichtliche sachen die so offensichtlich sind dass man sie aus acht lässt erlaubt es uns beide auszulachen sowas von ich sehe schon die kommentare ja ok weiß er dass überhaupt keine hallo das guckt generell will nichts von mir also nicht sehr viel nur infovideos schreibt aber ob er was anderes gucken weiter unfähigkeit kommt jetzt ein losgang der schoss oh oh fähigkeitschicht ich bin weg das war tauschjutsu mäßig tauschjutsu fahrrad obwohl wir ja maxi tomate nie den jett wo sind die über überhaupt die war war alter entscheide die spiel Stimmungen an mein Fehler Hallo aufladen und dann springen die Klinik in ein ab Omaaaan, ich will es jetzt, ich will diese Maxitomate Was ist? Warte, ich muss jetzt irgendwie runterkommen Ab! Boah, da war das knapp Das ist nicht möglich Lassen wir, lassen wir es Zeit verschwinden Oh mein Gott! Auf jeden Fall! Einfach, weil wir es kennen. Nein! Wie schon wieder! Ist auch so unfähig, das ist. Okay! Ja! Nooo! Verdammt! Warte! Und zack! Fuck! Wir haben nur noch zwei Versuche. Darf ich schummeln? Ich erlaube es dir erstmal. Aber ich glaube nicht, dass du es verwenden musst. Also... Samstar, du hörst mal wieder zu. Ich will das jetzt! Ich will diesen scheiß Schatz! Nicht nur du! Das war nicht zufrieden! Das war voll erwischt! Ach! Nein! Ich krieg das noch hin! Eine Sekunde musstest du früher machen! Das war viel zufrieden! Ich weiß, ich würde es eigentlich gerade anders versuchen! Oh ja, es war auch wieder knapp an der Bombe vorbei! Ich kommentiere hier jetzt auch nicht den Scheiß! Ja! 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 Nein, endlich! Du bist... Katana! Lockert sich das Gelund! Locker... Wat? Uh! Küss mich! Locker! Jetzt kann ich wirklich nicht sehen haben... Locker! Oh, endlich! Die Phase ist vorbei! Äh, es gibt wieder so viele Türen... Alles was du machst... Jetzt nur unsere Spankern! Aber das Katana! Katana ist aus dem Prinzip geil! Mhm! Speichern... Also das Harvest-State... Wie auch immer das ist... State-Safe! Genau! So war das! Stay-State! Ich weiß! Ich weiß aber einer hat immer das... Äh, immer... State-Safe! Genau! Ja! Ich kenn' auch niemanden mehr... Das ganze ist... Nanananananana! Na! Worum gehen wir eigentlich? Fast das passiert! Wir brauchen die Feuer! Ja! Ich denke mal die kapacierte... Nochmal... Versuchen wir es! Ich bin ein menschliches Test-Objekt! Komm her! Oh fuck. Wenn die andere sein. Ich hab noch nicht mal Schaden im Kopf. Äh, das... Na ja. Na ja. Ah. Genau. Ah, was hat mich das jetzt gemacht? Bleib mal da drin. Okay. Ich komm sowieso jetzt zu dir teleportiert. Von wegen. Oh, es bringt sogar was. Okay. Ich, ich muss drücken oder willst du? Nein. Ich komm mit nem Stern hinterher geflogen. Warte. Du? Wir werden Jackons. Ich bin Jackon die Wohnstraße. Wir wohnen ohne in der Luft. Okay, das war schon ein Problem. Oh, Rände, Rände. Wirklich richtige Rände. Nein. Nein. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Moment, hier oben. Ah. Okay. Durch welches die Rände auf FPV? Im FPV. Warte mal los. Warte mal los. Warte mal los. Warte mal los. Wie fett ihr jetzt aussieht. Ah, schade. Mach keinen Schaden mit den Pisten. Moment. 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 Sag ihr da jetzt durchkommt Warte mal los. Wie sollen wir da durchkommen, wie das Spiel? Wow, das wird wieder. Kann ich das machen oder mal los? Kann ich das machen? Geht schon. Ähhh, das ist mal. Versuch mal, was das Ding jetzt muss ich jetzt mal vor haut. Guck denn jetzt. Ich will das jetzt. Oh, ja, was kommt. Jaaa, was kommt. Ah, ich werde mit dem Buggel. Geht. Ah, ich werde mit dem Buggel. Geht. Agh, das wäre schon. Na, 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 aber da müssen wir jetzt zurück. Ah, dann ist zurückkommen. Da ist schon ein bisschen zurück. Die durchlässigen Wände sehen ein bisschen anders aus. Exakt. Mein Schieh schreit gleich. Aber ich begleite kein Tierfeder. Ich mache nur noch Teleportieren. Irgendwann schlüpft er da durch. Warte. Ich muss nur noch mal auf die Reihe klicken. Das ist in der Luft die Drehattacke. Ah, dann gehen wir nach unten. Wie gehen wir da durch? Oh, jetzt weiß ich ob ich in jedem Fall geht nach unten. Aber nach oben? Ich muss doch gehen. Das muss doch ganz ähnliches sein. Ich werde jetzt Gas durch. Ja, sowas von. Nein, die geht nicht nach oben. Egal. Dann lassen wir den Schatz. Muss sein, wir haben eine Fähigkeit und können auch mal hier vorbei. Ja, welche Fähigkeit geht dann nach oben? Hammer. Parasol! Oh, wie geil. Wie kommen wir da hin? Ich habe schon eine Idee. Wie ist das denn? Egal. Erstmal nach unten. Da gab es ja noch ein paar andere Türen außer die Türen. Na, geh weg. Nein. Nur Leben. Für mich ist es. Da bringt es was. Unerwäh. Okay. Das ist mal mein Leben. Ich hätte am besten noch abhauen sollen. Ja. Weiter. Ich sehe noch hier. Ja. Nö. Also müssen wir jetzt noch. Da, von da kamen wir. Ja, aber irgendwie müssen wir dann ja auf dem Weg gehen, ne? Komm mal. Ja, von hier. Ja. Halt. Ja, ich bin doch. What? Hier, komm mal durch. Ich war da. Oh, Gott. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Yes. War's die Gott schon? Hier hat man ein anderes System. Voll. Danke, Henrik. Hallo, jetzt komm ich noch nicht mal raus. Wie wärst du, wenn du den Knopf drückst, Alter? Ich komm noch nie mal raus. Okay. Verleten. Wieder. Ja, es geht jetzt grad mal hin. 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 Dann drücken wir halt auf den anderen Knopf. Genau. Kann sich doch nicht ahnen, welcher der richtige ist. Das kannst du reden, ne? Ja. Das kannst du reden. Genau so wie man auch eine Reset schubt. Reset! Ich komm Sparrow, das ist noch nicht klar. Nein! Wie kommst du da raus? So, wie kommen wir jetzt an diese Tür da hin? Also an den Mund. Da kommt man nicht drüber. Nichts unversucht lassen. Ich hätte auch noch ne Idee. Du kannst ja ewig mit dem fliegen, ne? Warte. 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 Ich weiß nicht. Ja, alles. Warte. Da kommt der, ist noch mal rein. Na. Na 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 na. Lade dich auf. Hin und her. Hin und her, hin und her. Ich hab nichts gedrückt. Ja, das auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich was nachgemacht hab. So, jetzt kann ich da jetzt was machen. Wie auch immer das jetzt ging. Falsch. Falsch, du musst das aufsammeln. Scheibende Bambus für 6.000 Minderhüssen. Morgen gibt's Pompopo. Ne, heute ist Donnerstag, ne? Ja. Am Freitag gibt's Pompopo auch. So weit, ja. Was zur Hölle. Was sollen wir jetzt da unten her? Das können Leute, die gut sind, theoretisch errechnen mit welchen Sachen ich mache. Ja, da gibt's dann. Na! Wir sind nach Parasol. Wieder, wenn ich automatisch lasse, weil ich die Kraft habe. Hä, wüsst du? Ja, immer Atomsteiger. Ja, schließt mich, schliebt mich da noch mal rein. Und das geht auch nicht, wenn du da die Banken nicht weiterkommst. Hier geht's durch, oder auch nicht. Und tschüss. Gut, goodbye. Und wo geht's jetzt? Ich hoffe, es ist bald Ende. Nein. Scheiße. Machen haben wir nicht Ende. Autsch. Sind wir wieder hier gelandet? Ja. Wir sind da in, wir sind hier in der Mitte hingesand. Oder? Na, wir waren jetzt eben rechts. Ne, das ist ein ganz neues Gebiet. Komplett neues Gebiet. Wir haben irgendwas richtig gemacht. Der musste grad noch ab. Boah! Noch werden. Alter! Wir sind da. Oh, die Kamera wirst du genauer. Ich will nur die Maxi-Turwarte. Ich kann's vergessen. Tegasus. Äh, Tegasus? Warum kannst du das jetzt? War nicht automatisch. Warum kannst du das jetzt? Willi! Hey kurz Milch! Ich kürze Elektrizität. Das muss wir tun. Locker! Hier. Wie hättest du jetzt wohl gerne? Genau. Oh. Suplex! Bam! 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 Und ich bin rausgekommen! Moment! Das kenn ich! Hey du konntest auch was mit! Ah! Ich kenn dieses Spiel! In dieses Szene hab ich irgendwann mal was gesehen! Genau! Das kenn ich! Wieso weißt du? Ey! Er hofft euch nicht zu essen! Oh! Oh!